Na ja. Übel. Komm, hinter dir, hinter dir. Oh, da rum. Da hab ich keiner am Lagerfalle. Hab ich. Nein. Guten Tag, Leute. Und ich rede hier ziemlich leise, weil Turnit Up am Start ist und wir spielen hier Unturned in der zweiten Staffel Folge 2, Folge 1 war auf einem anderen Server wie der jetzige hier. Gleich mal als Favorite einspeichern. Genau. Wir wollen auf dem hier spielen. Und warum? Weil er einen geilen Ping hat. Jetzt gerade nicht, aber er hatte einen geilen Ping. Ist schon wahrscheinlich gerade welche, aber das spielt mal noch keine Rolle. Ich sag euch nur mal, wer dabei ist. Und zwar dabei ist der Pascal. Hallihallo. Der Benni. Anwesend. Der Dominik. Moin. Und wer ist noch dabei? Der Philipp. Was? Der Philipp. Der Philipp? Ja. War's da schon? Ja. Dankeschön. Ja, okay. Wir wollen hier Anton spielen. Ihr wundert euch, warum wir schon equipped sind. Staffel 1. Äh, Staffel 2. Die erste Folge. Wir waren equipped. Aber der Server hat geclosed. Also den Server gibt es nicht mehr. Das ist ziemlich scheiße. Wir sind jetzt hier eine Woche später. Und ja, wir haben uns jetzt ein bisschen equipped, so wie wir da auf dem anderen Server waren, dass es wieder ein bisschen ausgeglichen ist und wir nicht nochmal komplett neu anfangen müssen. Das wird euch, denke ich mal, nicht stören. Und so gut bin ich jetzt auch noch nicht equipped. Ich hab hier das Zeug hier. Hat auch nicht so lange gedauert. Ehrlich gesagt war es in 20 Sekunden. Es lag gleich neben mir, wo ich gespawnt bin. Ich hab keine Ahnung, wie, aber auf jeden Fall war es so. Guck, komisch. Und, ja, mancher haben gar nichts. Aber der Pascal, Pascal, der Schausch und was geht. Ja, ich bin voll der Kriptschau, Crossbow alles. Sog, freilich. Also, wir wollen hier einfach mal wieder Anton spielen, den Server undicht machen und, ja, wir sind schon alle ziemlich offen, hoffentlich kommen zu euch Leute. Und dann sehen wir, Achtung, was, ich bin tot. Nein. Übel, was ging da ab? Wo bist du verreckt? Da ging richtig am Strand. Ich bin, ich bin, ich bin wieder neben ein. Aufgehauen. Lohle, ich bin noch was an einer Milli-Base. Nee, ich geh grad zu Milli-Base. Komm, dann wieder. Ich komm mit, ich hab'n Hammer. Okay, warte, hier sind noch Zombies. Ich schleiche mich an den Krankenhaus. Oh, der Pig ist schon jetzt gerade nicht so angenehm. Bei mir sind zwei, Entschuldigung, ich hab's ein bisschen im Fals. Bei mir sind zwei Gilly-Leute. Die machen wir nicht. Wir müssen uns erst mal gleich das, ich krieg das gebacken. Wir müssen uns erst mal hier equipen. Ja, Crossbow Headshot. Wenn du mit der Crossbow Headshots-Institut. Die Crossbow-Headshot zieh mich rein. Wartest du kurz auf mich? Bin fast unterliegt. Ja, ich würde die Zombiesi-Proie länger wie du. Mit was hast du? Kettensäge? Nee, äh, Messer. Military. Ohne Mail, ich hab' sogar zwei Mail, aber ich weiß nicht. Hat irgendeiner von euch med-kit? Ich bin echt tot. Was med-kit? Ja, irgendwas, was man halt mit dem... Also med-kit. Nee, nee, hab' ich nicht oder, äh, nein. Morgens bringt was? Doch, warte, hier, hier kann ich draus med-kit machen. Warte, wo bist du? Ich bin grad im Krankenhaus von der Stadt. Ich bin voll Equip. Was? Ich bin voll Equip. Ich hab' den getötet. Ha, 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 ha. Hallo, Manny. Erst hat der den eingetötet und dann kann ich hinten mit der Crossbow-Ausdown. Oh mein Gott, geil. Okay, bring uns Sachen mit, wir brauchen was. Ich probier alles, was mit dem Kamm. Dominik. Nice. Komm her, kommt alle her. Wer ist da drüben noch? Nee, ich, 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 Dominik. Und ganz, wie die, von den Namen nicht zu sehen. Noch eingetötet. Alice Back, alles, hier liegt ja. Also, ich glaub' ich erst mal die... Nein, schau' ich, ich trau' mir bei die Zombies aus. Ich trau' mich von her. Äh, Leute, ja, Pascal ist unten bei der Fernwurtsform. Okay, Leute, ich mach' dann mal auf'n Weg. Wir lügen hier. Was? Was? Alice Back ist verpackt. Grüßu verpackt. Die Liege mit dem Leutern. Ich dachte, ich hab' keinen Platz, die Liege mit dem Leutern. Warte, ich hab' ich heute nicht mehr. Ich hoffe mal, dass ich habe sie dabei. Da ist dabei. Ich hab' nur eine Militär-Rest. Ich hab' auch Militär-Rest und Militär-Rest und Militär-Rest. Oberteil-Tropel. Kommt, doch jetzt hat's zu tun. Ja, du kannst ihn so ein bisschen durch seine Falle locken. Ich hab' ihn aufgebaut. Alter. In meinen Hals. Entschuldigung. Da komm' ich doch nicht hin. Ich muss die Kombis stehen da. Äh, ich hab' sie kommen raus. Kann mir meiner helfen. Ich muss mich gerade aus der Stadt rausschleichen, weil ich kaum noch Leben hab' ich musste rauskriechen. Ich hab' 38 Leben. Ja, ich hab' Medik. Ich hab' noch'n... Ja, ich bin fast bei dir. Ich hab'n Carjack. Ey, wollen wir uns in der Insel? Also von dieser... Leute, ihr wisst nicht, was hier los ist. Ich würde gerne... Oh, schluss. Oh, schluss. Warte, Ben. Mann, ihr wisst. Einmal, schnell, 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 hier kommt's auch ein bisschen. Gott, da sind welche. Weg, 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 weg. Oh, okay, okay. Oh, okay. Wir haben das LS-Pack doppelt so groß gemacht, Leute. Ich wurde zusammengeschlagen. Ja, ich hab' mir auf dem Server das doppelt so groß. Echt? Ich hab' Shadow Stalker alles. Was? Ich wurde zusammengeschlagen. Ich wurde zusammengeschlagen. Ja, ich hab' mir auch zu sagen. Bleib mal da, ich hab' nicht mehr. Die Maple ist leer, warte mal, die tropisch. Können wir mal eben, wenn wir entgegenkommen? Die Musiker sind wieder ein Spieler. Können wir irgendwie entgegenkommen? Ich wurde gerade von Weihnachten Jungs erschlagen. Die war wirklich so, die haben ich zusammengeschlagen. Wir laufen uns entgegen. Wir treffen uns. Äh, Alba und schon. Ich hab' mir schnell einen Abstecher zur Brücke machen? Ja, ja. Okay. Komm uns einfach entgegen, passiv. Der Volker Schmarrer. Hast du einen Alice Pack für mich dabei oder so? Ja, ja, ich hab' eins. Mann, dein Carjack ist weg. Und eins konnte ich retten. Nein. Sönnet Abo und Benni rechts. Von uns ist ein Haus. Ja, aber das ist... Ich glaub' da baut grad einer, weil... Drüben sind Bäume geboten. Guck' grad mal weglaufen. Und das geht doch. Deswegen lass' mal lieber gucken nicht, dass wir dann von hinten genatzt werden müssen. Ja, einer Check. Check' ihr mal das Haus. Ich geh' mal vor. Das entscheidend, Alter. Den hol' ich mir. Könnt' ich mir mal kurz irgendeiner entgegenlaufen? Ich hab' gar nichts mehr. Ja, du laugst von einer Alberton. Na, 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 ich seh' ja euren Namen. Ich renne gerade auf der Straße lang. Ich wohne nicht mehr. Ja, ich wohne jetzt meinen Giant. Ich wohne jetzt meinen Giant. Jetzt ein Lagerfreund, Mann. Ich hab' jetzt zwei militärische Westen über. Auch cool, kann ich eine? Ich hab' auch einige, wenn ihr braucht. Leute an der Brücke ist der Riesenzombie. Ja, ich töte den gerade. Okay, ich laug' gerade. Oh, kann mir einer den By-Pot da unten bitte holen? Ja, ich mach'. Ich komm' grad' nicht hin. Ich lenk' die Zombie. Okay. Wo ist der Punkt? Äh, links hier vorne in dem, äh, Waffen-Safe oder was auch immer. Hab' ich hab' ich hab' ich. Den Bräuch' den Maple-Alter. Oh, nein. Bleib weg von dem Schein. Äh, warte mal kurz, ich komm' der zu euch. Ah, bei mir sind Schmühler. Hilf mir, bitte. Wie? Wie? Ich kann nicht, du bist zu weit. Wo bist du? Wer heißt denn? Wer heißt denn? Wer heißt denn? Wer heißt denn? Wer braucht denn Hilfe? Wer braucht Hilfe? Wer braucht Hilfe? Ja, ich helfe dir. Also, nee, dir pass' mal. Pass' mal. Pass' mal, ich bin da fast in der Kanäle, ne? Pass' mal, ich bin da fast in der Kanäle, ne? Auch mehr weißen Sachen. Alter, wie viel hält der Zombie? Auch jetzt. Wow! Die sonst ja leben da noch. Boah, ich bin immer weiter von mir weg. Wenn ihr in eure Richtung kommt, weiß, da hat er eine Ape gedroppt, der Zombie. Der kleine. Okay, warte, wir teilen auf. Krieg' ich das Magazin bitte von dem Kleinen? Ich blute. Ja, kann doch mal hin, die? Wer hat den Beipot für mich? Ja, ich, ich. Ich hör' euch. Ich bin tot. Was? Hab' ihr grad geschockt? Ich hab' geschockt. 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 Schockt. 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 Oh mein Gott, ich hab' zweimal's bestes Golf있omete kommen. Ja. Und nimm. Oh mein Gott. Nein. Ich muss so schnell wie möglich. Hall' mal. Hall' mal. Ja, Hall' mal so schnell wie möglich. Komm' schnell, Benni, Benni. Wir gehen aufschrecken. Ich glaub' ich bin gleich bei euch. Ich hab' die Merkel-OP aber nur mit 13 Schuss. da komme ich halt nicht weiter mache ich eine warte mal kurz ich glaube ich bin gleich bei dir er kommt hierher was doch ganz darf auf ja irgendwie sind wir nicht da wo genau auf der insel am strand ja ich bin ganz klar wie viele spieler dass wir mal die sender war weiter bei der farm ich war glaube ich darüber schwimmen was kommt schnell die müssen wir beim schwimmen erwischen sind da hinten noch zombies oder kann man in das artzelt reingehen arzt zelt nicht das und so ein bisschen trotz also kannst reingehen ich bin fast alle wenn wir haben jetzt um die mädchen ohne waffen gehe ich dann nicht mehr ein mädchen oder ich habe ich habe den military suppressor den er mir gegeben was kann ich drauf was leise macht oder ich habe was die leute weil sony massler was die bringt aber seid ihr macht lauter macht ja nicht echt aus der aber ich glaube kein mündungsfeuer macht er die stärker macht er ja auch nicht stärker also es lauter macht stärker die war dann ich bin hier gerade gestorben im weißen auto war einer der ist wahrscheinlich noch aber der hat ziemlich kassiert aber zum glück bin ich auch gleich gibt wo er verblutet der vielleicht wird ich ja noch ein bisschen weiterentwickelt und er kommt wir müssen unbedingt rüber zur insel ich bin gleich da ich bin gerade zur insel schwimmst du schon gerade ich habe noch ein bisschen holz geräuscht man am strand jetzt ich bin jetzt stein also auch sie sind so ein bisschen das ist eben weil ich dann direkt hinter euch könnt ihr mal kurz stehen bleiben leute einredet ich glaube das ist besser wenn einer redet also an alle wir müssen uns treffen wir wir sind einzeln haben wir keine chance wenn ihr in der verhandlung ihr rennt ihr rennt ja auch gerade von mir weg ich kann nicht mehr als treffen ich komme rüber ein bisschen und ich habe ich noch was ich in der mitte von der insel kommen da treffen wir uns alle dort hat das heißt noch gehört könnte weil ich komme ich habe auch ein lf-pack noch für euch also für ein nicht von euch ja ja treffen wir uns im bunker am besten er ist safe ein halb oben auf der plattform ich schwimme jetzt schon fast schafft ihr das vom johann dann auch schon die nirgendwo und vom reizigen uns nach am hafen lang die ich bin Prozent ich bin können abläuft ihr seht doch wo ich bin rechts zu ihr richtigen ich bin gleich da o gott als ein zombie ich bin ich bin jetzt wieder bei der insel okay ich bin ich bin ich bin und sprung die in den oberen Bunker ein liegt da noch sind da die spiele oder sei vorsichtig was du wachst du wachst du wachst du ja für das ich brauche dann unterstützung schnell pascal aber nur noch drei schluss ich brauche nur meinst du hast dann bin ich voller Krupp wieder es kann wortel was ist das ist das ist das ist gar nichts mehr deswegen ja was kann ich mich halt bis hinter dir ja 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 zeigt uns wo das das liegt da können wir die typen können das ist ein weiterer zweitlich verarschen ich habe gedacht Holmer Island ich glaube so und ein alter und ihr meint er will er will er kann auch nicht sagen so gut wurden ein er hat er gehört okay Ok wo es meint wo es meint da finden würde das Beispiel hier hier liegt der liegt Leute die Kopf aus der Sicht Leute die kommt von wo ich konnte was abknallen und hier wieder da zu der Landschirm nein 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 ich bin die schon die Schwung wer hätte ich sie gar kein ich sehe auch kein was kann ich da mal an der ich sehe ein Polikapier Peter Land bei Fölnwood Farm nein am Rand Fölnwood Farm am Bergaufhang ich renne hin ein weil der Schussweiler noch die sie nur ein ich gehe es nicht weiter abgebildet und nicht abwärtigen müssen und auch Leute die Trüger hat die Krise oder so ich wollte dass das ist ich brauche Unterstützung bitte 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 Leute einer muss zu mir ich ja allein bin ich kein trupp in der 1 1 1 aufbauen der nachgehebt Lachrundlund einer ist am Strand und liegt und einer ist weiter oben am Bergblüte schon wieder die Schichterwäsche von Stichester von Stuttgart die haben ich kann von hinten komm ich seht ihr mich geht schaden und bin auch genau bin tot ok leute ich habe die so gut wie ich komme jetzt von der seite und hau die weg könnte die ablenken geht das ich habe ein bisschen holz aber ich sehe ich sehe beide ich sehe auch beide okay eine schwimmt eine schwimmt ist ich habe ein wasser geschützt wird ja tötet ihr den ich würde in der land apos keil danke ich bin ein Land Null schlafen Mist ich hab dich nicht gesehen was Kalli legst du noch Kraner gerade ich pflanze gerade Weizen an ich hab gerade lange gesehen Töte den im Wasser der schwimmt drüber soll ich schießen Nein der wird angehörtet fuck ist untergetaucht ich sehe ihn nicht mehr der wird sterben ich muss den nur mal anbieten ich bin tot nein der Färker ist ohne und vielleicht der Zehn 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 3 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 oder in einer musik da sind ach ja ja da der lute den Fabian Hatcher gegeben aber auch geschossen was man feiert was man feiert hat einer Kombi gut von euch ich habe gar nicht zum geliehen würde ich habe nicht größt wie mit ich sollte jetzt wirklich dass man ein bisschen auf mich wartet ich habe mich jetzt einziger noch so gut wie gar kein Lund ja in den kommen einfach hier könnte er drucken ich habe mich nachgeladen ich lade und liegt in der Hand ich sehe ich sehe ich wollte ich habe ihn und 3 0 Schuss zwei Lager ist ein an einem nicht klicken ein erhältlich nicht erst so weit weg haben wir nicht mehr eingetötet okay ich habe wieder Schuss Leute müssen sich jetzt selber zu kümmern ich kann hier nicht alles machen ja ja ich bin und nicht ich habe mit Kettensäge das bringt die Mönchenschein ich bin ein paar Wettbewerb die müssen wir nicht mehr die mit ihr kommt zu mir hier liegt Blut ohne Ende und der Faktor schießt sich bei den Trüben geschießt jetzt wieder die Kräser Alpera geht richtig ab ich bin die Lieders ich bin das in die Toms geht um ein das habe ich mein Stoff von das ist ohne dass das Geld mehr das ist der Kras nee das ist wieder mal die krasse folge der Watt ob er in der Welt da könnte ich jetzt schon ein ich habe kein Leben mehr das tun wir die Zuschauer leid die Zuschauer tun mir leid die das jetzt hier nicht mehr daneben übel kann er nicht gut darin hat er liebt haben aber nicht blut was kann ich noch nicht mehr damit kann sich die Aktein gehielt danke danke hier umlegt ist es doch von dem der Weihkorn an ich habe angeschaut und der zwei schon viel abgabend mehr ich habe auch kein Leben mehr zu nehmen nach der Studie an ich wollte kommen Leute schnappt euch alles was ihr könnt und dann becky ja ich habe mich nicht rein die Daten wir brauchen unterstützt und jetzt mal bei der Insel jeder nimmt zum Türen jeder nimmt die Seite die haben keine Chance kommt um wir werden damit Dominika kommen wir eben ein paar Jahre so krass das kann wir dürfen die Insel ach so okay von mir aus das geile aus und schützen für durch ein Leben bei einer Militärie Ammonition Crate weil ich hab nicht Antibiotika wenn wir einen Antibiotika gewollt Tötet mal die Zombies ich glaub das werden ganz ich bin hier drinnen das ist denn eigentlich bin ich bin ja klar tot Worte die Welt Leute ich hab noch ein Schott viel über ja ne mit ne mit und zwei Kettensägen genau nehm alles mit habe ich ja gesagt so ein Dresding kann ich mich mal geschützt bitte äh ich gern noch nicht ich brauche mal den Alice Pack ja hier unten was ist auch ey Tom du hast ja was vergessen hier unten was ist auch einer gestorben hier liegt ach ja klar den hab ich abgeknallt ja genau voll verpennt alter und was hat er Kettensäge und 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 wo man da kann ich Alice Pack nicht aufgeben Missing Night Missing Space ach so auch noch mal seid ihr das gerade okay gut ich dachte schon ich hab doch genug Platz wie viel Platz nimmt es vier verabschieden ich kann man ja vier habe ich der Schilder nach der Nacht da oben ich sehe es um okay da steht Missing Space obwohl ich genug Platz hat okay ich jetzt mal auf ich guck mal ob ich den Kreis einer Drops noch mal ich bin ja ich sehe ich jetzt nicht ihr seht man fast gar nicht unter den ganzen Haufen nee da ist nicht mehr gut ist okay Leute wer von euch hat die Grizzly nee was ich hab die Brüse ich hab ein Grizzly mal gesehen für dich okay nimm mal mit habt ihr äh military ammunition crate ich kann das Alice Pack nicht wo ist das Alice Pack soll ich mal das Travel Pack ausziehen nee lass mal Drop mal nochmal das sind vier Platz weg ich bin mir hat irgendwer Moni für eine Pistole ich hab nicht wundert was da alles liegt okay ich hab alles bekannt hat er ist ja auch nun kann ich deine Hohkontakte äh warte ja was danke 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 ah nackte Missings Leute ich hab eine Schriftflinte für jemanden das noch ein Spiel wer eine Schriftflinte kann ich die Schriftflinte 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 am anderen Land liegt eine Schriftflinte in den Masterkey so das nehme ich mir nochmal mit ich hab mal eine Kettensäge für euch ich hab schon und noch einen anderen Rucksack brauchen wir Holz ich nehme mal mit nimm doch mal Essen mit und dann verbunken wir uns in den Halt wo ja nackt lass ihn mach ihn so nichts verschießen Vorsicht ah mein Name wer schlägt mich da der Typ hier legt ein Travel Pack in Orangenes wenn die nimmt ihn nimmt diesen komischen hier ja hat einer von euch zivilen harmonischen ja 40 braucht jemand die Waffe noch oder kann man unbedingt welche kommen kann man die nehmen die Mappel Strike der arbeitet mal alles zu klopfen Leute ja was kalt wer braucht es jetzt ist das deine was ganz näher Mappel Strike Leute wer von euch braucht noch ein Dings in in ne Military West hm das als ich mir hier hoch und hier oben liegen hier oben auf dem Turm Spieler ja Equip ja nein gut hinten rechts na nur eh hier sind noch so ey das gibt's jetzt nicht jetzt schon wieder ein Spieler ich hab so einen doorway alter da ich benutze da hat er sein Bett gekleckt der war hier schon dreimal ja wir müssen sich die Tür aufmachen wir haben geil mach die Tür auf da die dritte die 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 das kann sein doch 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 ich noch kann die 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 und so die und die die auf die 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 r gel Doc hat einer der dieser die die technische nicht raus können das wichtigste wer nie ja okay bewacht den eigenen die dürfen nicht raus und nichts luten wir brauchen die schroth leute hat jemand mein zeug liegen lassen auch mal nicht schon wieder so weit ich weiß es nicht das wird nackter herr nackter schwimmt herr ist ein land und von meiner seite kommt genau von meiner seite ist ein bisschen vor mir der equip okay es kommt die an der ihr bett geklämt sagt den eingang verblute rennt zu mir rennt zu mir da kann ich das luch amts einsammeln und die töten erlaubt das kann doch schon eine waffe nie habe ich nie so hier schnackter leute da kommt wenn die penny penny auf meiner seite die kinder getötet ich bin verblutet und mit der typische chance hat er schon auch schon gelootet nein zu klickern zu tun die haben die treibenden geklämt auch unbedingt eine Waffe und zwar mit mir ich bin ich bin ich bin wir haben mich getötet Leute sagen wir haben eigentlich noch die Kloppe Pascal bist du auf der Insel die ohne Munition habe ich machen aber steckte ich wo ich über Philipp Philipp ich habe hier ja ich bin auch in der Nähe aber wo geht ihnen Waffen ich werde überlegen okay mal ein Verständnis der Eiffel das kann ich hätte sich ich brauche ich bin ich konnte nur klar und ich bin jetzt in eurer Nähe endlich wir würden sterben wir sind zwar auf der Insel feiten Leute wir brauchen das Zeug jeder braucht nur eine Kettensäge wir müssen nur das Bett zerstören was halt denn dann bringen wir eine Kettensäge nicht zu treiben wir sind so viele wir sind so viele Leute Film machen jetzt Phil bleibt mal stehen ich bin gerade hinter die Hälfte ich bin nur ich nur schnell und ich werde hier sein ich helfe dir ich helfe dir ich bin hinter dir komm mehr komm mehr komm mehr aber nicht mehr Mö die Entschuldigung Prozent das ist dann abend ich habe ich habe ich habe ich habe auch die Insel und Kille alle ja 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 ich gucke ob hier in der Form einer muss auf der Insel bleiben Pascal ja ich will noch schnell Bäume wenn ich brauche auch Feiler Pascale du kannst vergessen der Typ hat in Schottland du verblutest sein und ein Jahr mit dem Fall seht was ich noch nicht die Werner nicht mehr lang bleiben wenn er sagt was bleibt man hier kurz wird er verblüht und ich hab sieben Prozent 5 Prozent 3 Prozent hier kann ich meine Sachen haben Prozent okay danke und direkt in der Freundschaft und die Leute draußen das sind drei ja ich weiß hier das sie brauchen Waffen müssen sie von außen weg hauen Leute ich kann rein mit Granaten ihr müsst euch Waffen suchen und sie dann wegsneiden nicht eine muss immer ablenken dass die da bleiben versteht ihr eine Klinik im Klämpfer am Strand ja genau Bett und dann kann der Gegensatz und Camps ja genau wenn er ist was wird er bei Polschläger oder Hammer bei der Hauber weit am Rand liegt einer der Kuppers die Insel der ist aber gegen die ich sehe es der hatte ich gerade die Kette das ging der hat mit der Küche ist die geschossen zu draußen mit einer Timberwold von einem Meter von einem anderen den hab ich ich bin der Autor und der Korte und ich bin nicht mehr auf die Insel und springen die mit Granaten weg ein ich hab dich so ich bin lockt so geschenkt ab ja noch erstmal eine ohne Ecke vorstehen um dem mit dem zu reden gleich sie wollen nicht reden die wollen nicht reden ich habe eine Granate in der Hand ich renne jetzt rein alle Euro wenn die Zombies schwimmen Marien also die haben sich hier die fetteste Base gebaut Leute er hat mal übernehmen dass die Welt bei Felder ja die übernehmen wir auch wenn wir sie kriegen aber vergesst nicht auf Sprachschild falls sie sich ergeben möchten falls sie fast tot sind weißt du das bringt mir eh nichts weil ich hab nur ich hab Granate geworfen Alter wer hat geschossen ich tauche Leute Leute rechts liegen zwei am Strand ja der gibt mir den Motorsiege auf mich los keine Chance der Tod Alter Pascal wieso hast du dich jetzt verpissst äh könnt ihr bitte kurz Lumatex hey Leute könnt ihr Leute könnt ihr Lumatex anstupsen er soll mich nicht mehr anstupsen er hat mich gerade angestuppt bitte wichtig ich hab nie mit der Zombie-Masse hinter mir gerade einer muss es doch können Lust scheinbar haben wir irgendeine Waffe einen habe ich nicht aber ich kann dir den Hammer geben ich kann dir den Hammer geben kann einer Lumatex anstupsen ich mach sofort er hat mich vorhin schon angestopft er hat mich vorhin schon angestopft sieht man nicht hier aufgeschlagen ich gehe Millie Base wir müssen uns wieder ein bisschen equipen die gehen da nicht weg die haben da die übelste Base ich mache ich mach die jetzt ich bin ja auch da die ich lasse ihr euch alle Jungs ihr braucht Bescheid der Waffe ich weiß nicht wo euer Equipment ist ja die liegen die haben uns alle eingesammelt und ihre Base verfrachtet wir brauchen Sniper wir müssen sie von dem Rand weg hier von mir ist einer der Typ ist auf alle Grip wir haben alle jetzt die Ketten wir haben alle jetzt nicht ich hab mich gesehen Hallo Guy Hallo Guy Please Alter, was ist doch Hacker ich stehe mindestens 10 Meter von dem Weg der macht einfach seine Kettenseger und kürzlich ja wann es backt manchmal immer drum dass sie meint ich doch scheiß Kettenseger Kennen Siegmann sind auch Damage und die Haut halt schnell rein kriegt man die Tür nur mit einer Kettenseger auf? Nee, geht auch mit allem aber du brauchst mit der Kettenseger halt nicht so lang Ich hau das jetzt gerade mit dem Hammer auf Traum ich bin bei dir, hast du irgendwas für mich? Nee, nee, null Wie sollen wir die packen, Alter? Keine Ahnung Genau Wir brauchen Sniper und müssen sie von außen wegbauen Ich hab's ja mit der Hock und probiert, das geht nicht Ja, die kommt ja nie so weit, dass es das dauert Ja, da brauchst du schon so eine Timboe Gessen naked Ja genau, eine Millipest Also, Leute diese Folge die hat jetzt auch schon ihren Zeitpunkt erreicht Es wird natürlich eine neue folgen Das ist jetzt Teil 2, Staffel 2 Wir hoffen, es hat euch gefallen Es ist krass Es ist krass, so ein Fight That's not normal Und, Leute, was sagen wir, wenn wir die Folge beenden? Pascal? Ja Was sagen wir? Tschüss Tschüss Also, Leute Bis zur nächsten Folge Und haut rein Bye Ciao